Unterwegs in den Walliser Alpen auf dem Bonhomme di Zappi. Blick zum Ritur. Blick Richtung Ritur. Hier die Bergwelt von Tria. Die sind unterwegs im massiven Monola. Monola, das Dreiländereck. Und hier links Grazhoras. Monola, der höchste Alpengipf. Der Monari. Sehr fantastisch. Blick Richtung Italien. Grossen St. Bernhard. Hier der Movela. Ein klassischer Skitourenwerk. Wir wünschen allen Schöne Tuten. Besten Dank. Aufmerksamkeit. Die Hüpfel. Tollautomatische Musik.